Die Frage hatte sich mir nie gestellt. Aber als ich dich sah, da wusste ich meine Antwort. Ich bin Beatrice. Victor. Ich wollte einfach mehr über dich wissen. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich weiß, warum du mit mir ausgehst. Du willst herausfinden, ob ich gesehen habe, was du getan hast. Du hast diesen Mann ermordet. Jemand hat mich verletzt. Ich will, dass du ihn tötest. Hey, hey, hey! Steig ein! Sie haben meine Familie getötet! Dieser Mensch, der mich verfolgt, hat nur noch eine einzige Chance. Und zwar mich um Gnade zu bitten. Er wird nie um Gnade bitten. Ich würde sie auch nie gewähren. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Er wird nicht die geringste. Nein! Lass mich nicht auf diese aus sterben! Wenn du dich retten willst, tu es. Ich werde dich zerstören. Ich werde mich nicht auf diese aus untertime. Ja, ich werde dich...! Dein đ Vielen Dank.